Ein herzliches Hallo von mir an euch. Ich hoffe, ihr seid alle gesund ins neue Jahr gestartet und steckt voller Energie für 2021. So geht's mir zumindest. Ich habe richtig Lust auf dieses Jahr, gerade was YouTube angeht. Ich möchte nämlich gern mit euch eine Challenge angehen. Ihr wisst, dass ich sehr viel und auch gerne Dead by Daylight spiele. Und ich brauche so einen kleinen Anreiz, was 2021 letztlich für mich interessant macht. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mit euch gemeinsam meine Steam-Errungenschaften erarbeite. Es gibt für jedes Spiel Errungenschaften, so eben auch für Dead by Daylight. Und es ist so, dass es unter anderem die Aufgabe gibt, mit jedem Survivor einmal zu entkommen, dabei aber nur die eigenen drei Fähigkeiten zu nutzen. Und diese Errungenschaften möchte ich gern mit euch gemeinsam hier auf YouTube erarbeiten. Und ich hoffe, ihr habt da auch Lust drauf, so wie ich. Ich werde dann jeden Survivor auch in dem Video quasi nochmal mit kurz vorstellen, die Talente erklären und natürlich mit euch gemeinsam hoffen, dass wir die Errungenschaft schaffen, meistern. Das soll ein kleiner Teaser sein für das, was uns dieses Jahr noch erwartet. Wir haben einige Überlebende vor uns. Ich freue mich da sehr drauf. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid bei meiner Challenge. In diesem Sinne entlasse ich euch für heute schon mit diesem kurzen Video. Wir sind uns aber schon ganz bald mit der ersten Folge aus meiner Challenge. Ich werde das immer irgendwie wo vermerken, dass das ein Teil dieser Challenge ist, damit ihr Bescheid wisst. Und ja, ich weiß nicht, ob ich euch nur Erfolge zeigen werde. Vielleicht zeige ich euch auch den einen oder anderen Misserfolg. Ich wünsche euch heute aber erstmal noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf 2021. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020